So, hallo ihr Lieben, Christian Schemaier, Partner, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Wollte heute mal was sagen über das Retter-Syndrom, was man echt, glaube ich, wirklich loswerden muss. Aber vorab, da würde ich mal ein bisschen was sagen zu Kommentaren so in den letzten Tagen. Ich würde einfach nochmal deutlich machen, dass meine Videos stehen sozusagen nicht für sich allein, sondern sind der Anwendungsfall meiner Kurse. Also meine eigentliche Arbeit ist in meinen Kursen und die Videos sind eigentlich Anwendungsfälle, wo ich dann sage, okay, in dieser speziellen Situation wendet sich meine Lehre gewissermaßen so und so an irgendwie. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja auch okay, aber ich wollte es nur mal sagen, wenn man dann sich so ein Video rausgreift und versteht es nicht, dann liegt es auch häufig daran, dass man die Kurse nicht gemacht hat. Und dann werden bestimmte Sachen auch nicht klar, warum es zum Beispiel einfach einen Riesenunterschied gibt zwischen normalen Beziehungen und toxischen Beziehungen, warum da ganz andere Gesetze gelten. Oder warum zum Beispiel Ratschläge rund um Dating allgemein manchmal anders ausfallen wie Dating nach toxischen Beziehungen. Und dass immerhin man sich so eins rausnimmt und dann aber in dem Video hast du doch das gesagt, also es hat alles Hand und Fuß und Sinn, was ich hier sage. Nur da muss man sich vielleicht mal die Mühe machen, also wenigstens in diesem kostenlosen Content, den es auf meiner Webseite gibt, da gibt es ja auch ein Umsonstpaket und wenn man jetzt gar keinen Euro übrig hat und Tests und weiß nicht was. Also vor allem dieses Umsonstpaket, wenigstens da mal, also man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, es fliegen einem nicht die gebratenen Tauben in den Mund, man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, das wirklich mal ein bisschen recherchieren und mal ein bisschen an sich arbeiten und dann versteht man das glaube ich auch. So, jetzt aber heute nochmal, das ist so ein anderes Thema, was mir sehr aufgefallen ist, dieses Retterthema so in der letzten Zeit wieder. Ich meine, das ist jetzt kein super neues Thema, aber also ich würde das einfach nochmal, jetzt auch ohne jetzt mal eine spezielle E-Mail, also wenn ihr euch so pluspolig, ein bisschen co-abhängig durchs Leben bewegt, immer wieder unterm Bus kommt, sag ich mal, in Beziehung, immer wieder drauf zahlt, hat das ganz häufig mit einem Retterthema zu tun. Also toxische Beziehungen haben auch nicht nur, nicht alle, aber haben ganz viel mit einem Retterthema zu tun, das heißt auch nicht, dass alle, die ein Retterthema haben, toxische Beziehungen führen, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber es ist wirklich, tritt sehr häufig auf. Der Prozentsatz sogar noch höher bei Männern, würde ich sagen, also bei Männern kann man, glaube ich, fast durch, also die bei mir aufschlagen, durch die Bank sagen, dass die ein Retterthema haben. Das ist ja auch, scheint ja auch so in der männlichen Polarität zu sein, ich hole dich da jetzt raus aus diesem dunklen Prostitutionssumpf, ich rette dich, ich, oder aus deinen schlechten Kindheitserinnerungen und schlechten Kindheitserfahrungen mit mir, machst du jetzt eine andere Erfahrung. Und ich muss euch leider sagen, als jemand, der das auch lange gelebt hat, es fucking funktioniert fucking überhaupt nicht. Es funktioniert einfach gar nicht, es funktioniert gar nicht. So, die Welt ist wirklich so drauf getrimmt, ich weiß nicht, ob das das Universum allgemein ist oder so, keine Ahnung. Wenn du zu viel gibst, sag ich mal, wenn du zu viel, soll ich das mal sagen, zu viel reingibst, zu viel Mühe gibst, zu wenig Grenzen hast häufig auch, werden Menschen das ausnutzen? Ich habe die Welt nicht so gemacht, es werden Menschen ausnutzen, dann kauft ihr einen Hund lieber, der nutzt das nicht aus. Ah, aber selbst die, selbst die Hunde, ich meine, keine Erziehung haben, nutzen das auch aus, so, ne, wenn du den, weiß ich nicht, Keks auf den Tisch legst und machst nichts und ach, der arme Hund, ja, dann nimmt er den Keks. Ja, selbst Hunde würden das auch nicht ausnutzen, aber es funktioniert so einfach nicht und das ist halt so ein altes Kindheitsprogramm, was vielleicht in der Kindheit Sinn gemacht hat, wenn ich so ganz lieb und nett bin und vielleicht auch Papi ein bisschen, mir manchmal ein bisschen aggressiv rüberkommt oder Mami ein bisschen aggressiv oder ich verstehe Mami und Papi nicht oder meine Mama und Papi sehen mich nicht und ich bin jetzt ganz lieb und häkle hier den Topfuntersetzer für Mami zum Muttertag und, ja, weiß ich nicht, ich gebe Papi nicht auf die Nerven, wenn er von der Arbeit kommt und will nicht noch, keine Minute spielen und ich bin ganz lieb und nett und so. Also, ja, vielleicht hat es in der Kindheit irgendeine schräge Art, ähm, vielleicht jetzt sogar ein Arsch gerettet manchmal, aber ich zweifle manchmal, selbst, dass es selbst in der Kindheit irgendwie läuft, vielleicht ist es auch einfach so bestimmte Einstellungen, die man mitbringt, ist ja auch nicht falsch, nett zu sein, ähm, oder, oder, sag ich mal, Manieren zu haben, sag ich jetzt mal, ähm, und, ja, und zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht unbedingt Schlechtes in die Welt bringen, ist alles gut, aber ohne Grenzen wirst du einfach fucking ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans hier in dieser Welt, das ist einfach so, ne, und wenn du, ähm, jetzt meinst, und da sind manchmal auch, ähm, Pluspole so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, das ist so eine narzisstische Seite von Pluspolen, ich meine das jetzt aber überhaupt nicht im Sinne dieser Diagnosen, auch überhaupt nicht, dass es Narzissen sind, sondern das ist so, äh, manchmal die Überheblichkeit von Pluspolen, also ich kenne es, diese Überheblichkeit kenne die definitiv von früher aus meinem Leben, ich kann das Wort gar nicht mehr nachvollziehen, dass man meint, man hätte es so drauf, oder man wäre so schlau, oder die eigene Zuneigung wäre so grenzenlos, dass es den Partner irgendwie dahin bringen könnte, dass er sich nicht mehr so grenzüberschreitend, äh, weird, äh, verhält, wie man es vielleicht erlebt in einer Beziehung, ich kann, ich kann euch sagen, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, also, dann sollen die Leute, also natürlich ist es, gehen wir mal einen Schritt zurück, was denkt man denn da, also man sieht zum Beispiel, dein Freund, deine Freundin hat das Leben überhaupt nicht im Griff, so gar nicht, ne, also wir reden jetzt auch nicht davon, das ist auch wieder ein Unterschied, dass vielleicht eine Beziehung zehn Jahre super funktioniert hat, und dann passiert irgendwas, ne, sondern gleich vom, vom Dating nach der Honeymoon-Phase, 100 Tage rum, 200 Tage rum, ich halte so fest, das Leben ist überhaupt nicht im Griff, die Ex läuft da noch rum, der Ex läuft da noch rum, so meine Kinder ist nicht geklärt, ähm, weiß ich nicht, hält sich nicht an grundlegendste Absprachen, deine Ex schreibt nicht zurück, ähm, ja, und da kannst du natürlich dein Retterding jetzt aufpacken, kannst sagen, ja, der arme Mensch, der ist ja gerade getrennt, und natürlich hängt er noch an der Ex-Frau, und ach ja, und ja, hatte eine schwere Kindheit, und ja, aber eine schwere Kindheit, das ist kein Grund, sich daneben zu nehmen als Erwachsener oder sein Leben nicht irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist halt auch oft Faulheit, äh, oder keinen Bock sich drum zu kümmern, und es ist auch häufig Unbewusstheit, und ja, Menschen dürfen an dem Punkt stehen, an dem sie stehen, also wenn die da stehen, an dem Punkt eben, dass sie ihr Leben nicht aufgeräumt haben, das ist total in Ordnung, ne, oder wenn sie eben an dem Punkt stehen, dass die Ex, äh, da noch rumläuft, und, äh, steht auf einmal vor der Tür, weiß ich nicht, ähm, oder der, ähm, dein Freund hängt ewig noch bei der Ex rum, oder, sie dürfen da sein, nur, warum wollt ihr den unbedingt daten, also es wird nicht besser dadurch, dass man diese Menschen dann datet, also man denkt vielleicht, wenn ich jetzt ganz lieb und nett bin, dann kommt der dann zu mir, nein, Menschen kommen schneller zu euch, das ist wirklich mal eine durchgängige Erfahrung, wenn ihr klare Grenzen setzt, wenn ihr sagt, äh, sorry, ich hab meine Standards, und wenn du die nicht erfüllst, ja, können wir hier, ich meine, wenn man so wirklich ganz bei sich ist, kann man vielleicht sagen, weil ich empfehle das natürlich auch nicht, ja, haben wir eben hier eine Freundschaft plus irgendwie, dann machst du, was du willst, dann treffe ich eben auch, wen ich will, dann ist mir auch scheißegal, das ist auch eine Lösung, damit umzugehen, häufig funktioniert die nicht wirklich, aber theoretisch wäre es eine Lösung, aber eigentlich muss man dann sagen, ja, äh, funktioniert so nicht, das ist natürlich ganz was anderes, wenn man zehn Jahre mit jemandem zusammen ist und der entwickelt dann auf einmal irgendein Problem und hat mal eine schwierige Lebensphase, natürlich kann man, wenn das nicht zu krass wird, sich da gemeinsam durchgehen, das ist eben der große Unterschied und das ist auch gerade in meinem Umsonstmodul, das kostet nicht mal fucking was, äh, erkläre ich das ausführlich, den Unterschied zwischen normalen und toxischen Beziehungen, warum es da unterschiedliche Ratschläge gibt, so, ne, dieses Klimabarometer von Beziehungen, so, ne, und, aber wenn es von vornherein, äh, schief losläuft und du denkst jetzt, du bist jetzt diese eine Person, die diese Dame vom, äh, was ja auch jeder soll machen, was er wirklich, jeder soll machen, was er will, ne, aber wenn du jetzt meinst, du bist diese eine Person, diese Eskort-Dame jetzt rettest und sie konnte ja nicht anders, dann kriegst du eben das Geld von mir jetzt und, also wenn du meinst, das geht gut, natürlich kann es sein, dass es vielleicht einmal, ähm, einmal in 100 Jahren gut geht, weiß ich nicht, aber, äh, aber wenn du meinst, das geht gut, das ist häufig eine Selbstüberschätzung und, äh, weil man irgendwie denkt, es läuft bei mir jetzt anders als bei den Szenen davor, boah, das ist aber total unwahrscheinlich, das ist super unwahrscheinlich und ich kann euch nur raten, äh, wirklich, man muss über Leute nicht urteilen, jeder steht da, wo er steht, ne, ganz klar, aber ich kann euch nur raten, lasst doch die Leute ihr Leben selber aufräumen, so, ne, und wenn ihr, ich glaube, das ist auch, manchmal ist es auch vielleicht eine Sache von Lebenserfahrung, dass man einfach irgendwann merkt, äh, ja, wenn jemand seinen Shit nicht zusammen hat, dann hat er eben seinen Shit nicht zusammen, so, ne, und, aber du musst ihm das nicht beibringen, so, jetzt, ne, natürlich gibt es auch Überstandards, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, ähm, das ist aber auch häufig eher dann so bei, bei Minuspol und Bindungsängstler, dass keiner ist gut genug, das ist, das ist andere, aber das wollen wir jetzt nicht noch aufmachen heute, dass, äh, Retteleute im Retterthema haben eher zu Themen Unterstandards, zu wenigen Standards und, äh, ja, nur weil du so nett bist, wirst du nicht irgendwie, äh, den ganzen Charakter und eine ganze Kindheit von einer anderen Person ausgleichen können, ne, vor allen Dingen, wenn die sich überhaupt nicht nett zu dir verhält, und ich verstehe auch dieses Argument manchmal nicht, weil, äh, also, das kann ich wirklich nicht verstehen, weil nur, weil jemand, mein Gott, wer hat denn eine durchgängig gute Kindheit, weil ich, weiß ich nicht, also, und, äh, dann zu sagen, ja, ich, äh, verhalte mich jetzt hier so beschissen und, ähm, gibt der Beziehung keinen klaren Rahmen, äh, weil die, äh, Kindheit irgendwie so schwierig war, ja, nee, das ist kein Grund, also, das ist, trotzdem kann man sich doch vernünftig benehmen und sich so an allgemeine Regeln des Menschen hier zusammenlebens halten und einer Person in, am gleichen Tag nochmal zurückschreiben, was ich, was ich auch immer wieder lese, schreibt tagelang nicht zurück, ja, das ist vielleicht nicht der Richtige so, ne, ist es einfach nicht der Richtige und, ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich bin natürlich, ich kriege den immer wieder mit, sehr hart, wenn es irgendwie toxisch ist, auch sehr hart beim Dating, aber, ja, wenn ihr ewig mit jemandem zusammen seid, muss man sich, braucht man auch schon als ein Dealmaker, also, zum Beispiel Paartherapie ist nichts anderes als Verhandeln von Standards, ähm, und vielleicht ist die Latte da ein bisschen höher für einen Dealmaker, äh, aber, ja, natürlich gibt es da auch Dealmaker, aber man muss in einer langen Beziehung, wo der Partner sich eigentlich bewährt hat, du hast dich bewährt, ähm, also man kann nicht erwarten, dass man 50 Jahre zusammen ist und es gibt nie irgendeine Krise, so, und also natürlich muss man da nicht sofort alles beenden, kann man natürlich trotzdem, jeder ist frei zu machen, was er will, ne, ähm, aber, ja, das ist ein Unterschied, aber wenn du schon in irgendwas reingehst, und klar, am Anfang ist, äh, sind die meisten Sachen erstmal gut, wobei im Rückschau, so toxische Beziehungen fangen eigentlich schon auf dem ersten Date irgendwie komisch an, aber das sieht man eigentlich erst in der Rückschau immer, ähm, ja, vielleicht sind die ersten, ist ja auch schön, wenn vielleicht ein paar Wochen gut waren, also meist geht es ja schon nach, also nach zwei Monaten eigentlich schon los, der Scheiß, und du merkst, es läuft einfach in eine falsche Richtung und jemand hängt noch zu viel an seiner Vergangenheit und das sind ja die Mails, die ich immer wieder kriege, ne, und, äh, hängt noch an seiner Vergangenheit und es dies, das, jenes, und, ähm, ja, also du bist jetzt nicht, weiß ich nicht, Superman, äh, der diese Situation jetzt auflöst, nur durch deine goldene Präsenz, das wird nicht passieren, so, ne, und wenn du was wirklich denkst, ähm, dann ist das vielleicht so ein ganz kleiner Punkt, wo du vielleicht ein bisschen zu viel von dir erwartest und vielleicht denkst, dass du mehr kannst, als du wirklich kannst, so, ne. Ja, aber gut, das ist alles ein Prozess und wie gesagt, das heißt nicht, dass man andere Menschen verurteilen muss, weil jeder steht da, wo er steht, so, und jeder ist auch eine Reflexion auf dich, ne, das ist, das ist ja gerade das Gemeine, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat beim Universum, dass, wenn du so übernett bist, triffst du eben gerade nicht auf übernette andere Menschen oder, wenn du auf übernette andere Menschen triffst, findest du die fucking uninteressant, so, ne, und das heißt, du ziehst eigentlich in aller Regel, ziehst du Menschen an, die unternet sind und dann geht der ganze Scheiß eben los und du kannst es eigentlich nur ändern in dir, also alle Arbeit geht von dir aus, ne, und das alles, was ich sage über Partner und Chance und Gearbreaker, ist nur eine Krücke, dass du in dir die Themen löst und da muss man immer wieder zurückkommen, dass du deinen Liebeschip in dir umprogrammierst, weil du kannst den nicht in anderen umprogrammieren, das ist gar nicht dein Spielfeld, ne, aber stell dir mal ein Tennismatch vor, so, ne, und du bist der Trainer, so, und du hast einer von den beiden ist dein Schützling, ja, trainierst du da mit dem Schützling, dass er besser wird oder trainierst du mit dem Gegner, dass er irgendwie nicht so tolle Schläge bei ihm soll und den Ball nochmal absichtlich ausschießen soll, ne, du trainierst mit deinem Schützling, so, ne, und deswegen müsst ihr euch mit euch selbst trainieren und nicht mit den, äh, anderen, ne, also in dieser, ähm, Szene da, ähm, die ich da so kennengelernt habe, geistert immer wieder dieses Bild drum, was ich wirklich treffend finde, man, ich hätte das beim ersten Mal wirklich wie so einen Schlag getroffen, aber diese Idee von, wenn du Blumen kaufen willst, kaufst du dann einen Samen, zweifelhafter Herkunft, wo du gar nicht, kriegst du ein Tütchen, weißt du noch nicht mal, ob es überhaupt Rosensamen sind, was weiß ich, wie Rosensamen aussehen, ich weiß noch nicht mal, wie man die pflegt, du pflanzt sie ein, die Rosen müssen jahrelang wachsen und dann, ja, nach sechs, sieben Jahren und nachdem du 1a Rosenpfleger geworden bist, schnallst du die Rosen ab und hast einen Rosenstrau oder gehst du einfach hin und sagst, hey, ich will eine fettige Rose haben, einigermaßen zumindest, die kann ja noch ein bisschen nachblühen und vielleicht muss ich mal eine Dorne abschneiden oder vielleicht muss ich die mal vorsichtig anfassen, wollen die Metapher jetzt mal nicht zu weit treiben, aber, ja, machst du doch auch nicht oder gehst du in, wenn du Butter kaufen willst, gehst du zum Bauern, kaufst dir eine Kuh, kaufst dir Gras, lernst melken, lernst Butter schlagen, schlägst die Butter, es geht tausendmal schief, nochmal, oder kaufst du einfach ein fucking Paket Butter. Und klar, wenn du selber das, immer wieder Sachen anziehst, die unoptimal sind, muss man vielleicht, ist man vielleicht selber auch noch keine fertige Butter, aber das ist ja, was ich sage, dann arbeitet man eben an sich und nicht immer an den anderen. In diesem Sinne, mit die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao.